hallo ihr lieben herzlich willkommen zurück wobei jetzt willkommen zurück bei runes of magic ja ich bin wieder auf mein ritterchen und ich habe mal ein bisschen den ritter angepasst und zwar habe ich mal so ein paar sachen unsichtbar gemacht hat mich einfach so ein bisschen stört zum beispiel die schulterpartie die handschuhe und vor allen dingen den helm da muss man nicht unbedingt sehen also wenn man das macht dann sichtbar macht dann sieht sie so aus gerade der helm also das ist jetzt nicht nix wo ich sage ja das ist ja toll also deswegen der helm muss auf jeden fall weg so das würde jetzt noch gehen aber wie gesagt die schulterpartie und das ist jetzt nicht so der böhren hat deswegen habe ich die einfach mal auch die handschuhe habe ich einfach mal ausgeschaltet wo ich finde das reicht sieht man die platte und man sieht vor allen dingen naja das ist nicht so ein schrank der kaum die getür passt oder so und hat irgendwie so unförmige handschuhe an wo man überhaupt nichts mehr mit greifen könnte also das findet so schon schon sehr viel besser ja also wir sind in istra gelandet und ich habe einfach ein bisschen weiter gespielt ist ja klar und wir waren hier in das landtal und wir sind jetzt hier hier ist der handelsposten hier befinden uns gerade hier ist das schneemeer und hier unten ist der mystische altar hier sind die zyklopen er die minotauren hier sind die zyklopen und da gehen wir jetzt hin wir brauchen nämlich noch ein bisschen tagesquest ich weiß es auch nicht genau weil ich an quest habe aber die tagesquests die besten die wir im augen nicht machen können sind hier die zyklopen und das fleisch des wilden bärhus und die quest die haben wir noch nicht die minotauren aber wenn man welche sehen nehmen wir die mit weil die bringen viele erfahrungspunkte die sind sehr hochlevelig aber das sind nur das sind nur ledertypen also schurken oder oder sowas und oder zauberer sogar noch ich weiß genau jedenfalls mit level 35 die augen war so ganz schnell weg und fertig ja ich habe im beutel 30 also in die geschenkbeutel für level 30 habe ich ein reitier gehabt das habe ich einen tag deswegen mache ich jetzt auch mal schnell noch eine aufnahme damit ihr es noch seht das gab es mal als reittier zu kaufen für gerade für ritter gibt es heute nicht mehr aber in diesem paket ist es noch drin ich weiß nicht warum sie einen teil der alten reittiere rausgenommen haben es gab auch frettchen zu kaufen und die frettchen waren so toll als reittier die gibt es nicht mehr leider 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 ich weiß gar nicht ob ich die schon mal gezeigt habe ich habe den da oben da bist du da ist frettchen junges müssen wir zehn stück machen ja dann machen wir doch mal wenn wir schon mal hier sind machen wir doch mal naja gute idee hier komme ich nicht hoch da muss man woanders hoch geht irgendwo hoch kommen hier da wo weiß ist da ist etwas flacher das werden wir schon hinkriegen ich meine wovor geht es genau machen ist eigentlich egal ich bin nur darum dass wir ein bisschen was sehen dass wir ein bisschen was hören und da sind die frettchen aber hier zwischen den ganzen roten wollte ich mich jetzt nicht unbedingt hinkriegen stellen die gelben frettchen brauchen wir welche ja dann würde ich sagen dann lass mal gerne neun um habe ich mir übrigens auch noch gekauft den ich hatte da wäre ja sehr magisch und ich habe mir jetzt ein gekaufte war eigentlich war der schnäppchen eine million gekostet eine anderthalb million und der ist also mehr für den retter die selbst und als physischer angriff drauf das ausdauer drauf das maximale lebenspunkte drauf also eigentlich genau das was wir brauchen als retter oder wie klar naja dann nehmen wir das und das den anderen um an den habe ich zu stehen angeschickt zu der eilerin zu und priesterin und die kann mit intelligenz sehr gut gehen im gegensatz zu mir so da wollen wir mal gucken also ihr seht schon das ist keine große herausforderung mehr mit dem mit dem umhang die wir jetzt haben und waffentechnisch sind wir auch gerade am punkt ja deshalb ist das was wir kriegen können ja wie gesagt die sind ja friedlich man kann ja mal rangehen hier die gab es mal drei tierner und die finde ich so süß ich finde ich so toll dass die raus gemacht haben naja wie gesagt ich meine alten charakteren die sie einfach gelöscht haben weil sie mal irgendwann die server aufgeräumt haben und haben nicht bescheid gesagt dass wir alles direkt löschen wenn man hat nicht sicher die haben solche reittiere aber die sind ja alle weg leider so man muss man die machen einfach nur kiel da kann ich das krieg ich so ich habe gedacht wir werden nächstes mal werden wir einfach mal die in die abtei gehen dann werden wir mal die abtei zusammen machen das sollte eigentlich jetzt kein problem mehr für uns sein naja die brauchen wir nicht mehr die haben zwar noch einen punkt weil die mit einer anderen quest zusammenhängen die ich noch nicht abgegeben hat ja genau reich mich ruhig an wenn du meinst du müsstest das machen ohja du ohja was ich anschließend so geht das nämlich mein freund reinigungsruhen naja ich weiß nicht ob die werte die nehmen sie mal mit die roten brauchen wir nicht die roten haben ja auch aggro hier nicht baum so ein brauche ja also ich die nummer getauscht hatte habe ich hier natürlich sofort gut 200.000 manner verloren das ist natürlich für den ritter droht weil man ist eigentlich genau sein lebenselixier und ich hatte ja ganz am anfang hatte ich ja mal einen ritter priester im visier der sich dann auch reihen konnte na so einen der eigentlich gar nicht zu töten ist und der ist ja auch manner basierend und habe ich so gedacht mit dem umhang von dem mit dem umhang von der von der schede wo die intelligenz und alles darauf ist wo ich so wahnsinnig viel mann hatte wer der umsetzbar ich wollte ich gerade ob ich mir als dritte klasse vielleicht noch die prüste wenn man drauf sitzt und mir dann noch mal angucken wobei naja wie gesagt also ich verliere da die ganzen schweren angriffe hier also diesen diesen bogen und diesen ja eigentlich alles eigentlich alles wo ich jetzt mit pull eigentlich alles wo ich jetzt mit angreife und ich dann also ich greife wenn ich jetzt angreife treib ich an erst mit dem damit dem damit geben das sind alles skills die der jäger hat und wenn dann noch mal übrig ist dann gehe ich hier auf die ritter skills und das würde bedeuten wenn ich jetzt auf dem auf den kleriker gehen würde auf dem priester dann würde ich die skills verlieren und dann müsste ich hier mit mit der flut angreifen dem ist der der kars zeit nur der tiker zwar aber der kars zeit so und dann müsste ich mit diesen drei skills hier auskommen und das sind nur noch ritter skills und die sind so stark nicht die sind so stark nicht wir können ja mal einen ausprobieren aber ich sehe mich mal nur die drei also ich würde anfangen mit abrüsten naja doch naja doch der wert schon auch sehr stark aber das wäre sehr mann erlass dich noch und das schönste an der ganzen sache nämlich die heilung ist ja auch mann erlass dich das heißt wenn ich kein mann mehr habt dann fehlt das auch mit der ganze noch so viel selbstheilung haben wie du willst wenn ich nicht ausüben kann zwei kremen am herz da bringt dir nix hat einfach wie viel muss ich denn noch mal so gar kein mehr so lang ja wohl fertig damit das ist ja super da würde ich sagen weil wir hier oder machen wir mal eben kurz in der talia weil wenn wir jetzt killen gehen dann will ich schon das hat auch viele noch mitnehmen können diese klare das ist ja wohl klar so dann gehen wir mal hier rüber mal eben zum händler die quest nämlich extra nicht da muss man silber für haben und silber habe ich nicht und silber gibt es auch nicht immer und ich habe schon überlegt ob ich nicht haben die ob ich nicht mit der schweiler haben die ist ja schon recht weit im sammeln bis die ein bisschen silber kann und dann silber waren und die silber als 10 als 10er pack 10 braucht man immer wie die quest als 10er pack hier ins a hat stellen für weiß ich nicht 200.000 10er pack oder so auch die idee geld zu machen aber einfach erzählt bloß nicht weiter ihr wisst ja wie dies so dann schauen wir mal was haben wir denn hier können verkaufen so wie die fälle müssen wir noch haben ja wo der ist dann ist stopp ja da kann weg los meine stufe ist zu niedrig ich werde doch verkaufen was denn da hier muss ich doch so verkaufen kann ich da dafür ist die stufe nicht zu niedrig meine ich doch wohl aber hier noch auch hier ist ja gar nichts mehr auch da haben wir ja genug platz da war die dass ihr kondensmilch wegdrehen brauchen wir nicht so ja kaum sind wir hier haben wir wieder eine quest die wir zurückgeschickt nach astlan da will noch mal einer was von den bäumen haben aber das ist mir egal das mache ich jetzt erstmal nicht das war in astlan genauso da hat mich auch einer direkt zurück geschickt weil er wollte noch irgendwas von diesen robotern haben da diese roten habe ich auch gedacht ne erst mal nicht mehr froh dass ich da erst mal raus bin na jetzt will ich da hier weiter spielen und nicht direkt wieder zurück für irgend so eine scheiß quest ne ne ja also wir gucken uns hier einfach mal um schön jetzt gibt es auch jede menge questen aber über den punkt bin ich schon ein bisschen drüber weg und da ist eine quest abzugeben das machen wir doch mal eben hallo die vergleiche zeit vergeht so schnell naja weil auch immer ich lese mir das hier doch nicht durch der schickt mich sowieso irgendwo hier in dem bereich hier da siehst du da da schnitt nämlich ja weiß nicht wir sind eigentlich sind wir ja hier ne ach komm dann gehen wir mal eben dahin dann gucken wir mal was er da will dann zu nur geben wir die quest einfach nur ab hier müssen wir wieder hoch ne hier war es weiß ja hier wo es weiß ist es flach und wo flach ist können wir hoch so da ist doch schon die die zelte erzählt ist übertrieben also da möchte ich nicht so rumstehen hier freunde ihr habt nicht wirklich schutz hier steht schon ein bisschen ungeschützt hier in der gegend rum da dies hat die hier die will das holt mal so die zeit vergeht so schnell je seltener desto besser schon wieder frettchen feuer augen frettchen dieses mal jetzt machen wir die nicht ich muss die tagesquests artikel dann holen sonst kann ich keine tagesquests mehr machen und die heißen ja nicht umsonst so das heißt die verfallen ja ich mein darf sich dann jetzt nicht hier nicht jetzt lassen aber so ein bisschen darauf achten wenigstens wenn man sie nicht schafft hat man sie nicht ist ja egal man muss ja nicht absichtlich verfallen lassen und was anderes machen und dann hinterher sagen ja jetzt jetzt habe ich so viel teil jetzt sind die quest schon weg die zehn tagesquests jetzt können die noch zehn mal dann machen wir das auch mal eben hier streich mal ab hier danke so zack ja mein kleiner wir holen dir erstmal deine pfelle hier wenn man schon mal hier wobei kommen dann machen wir die auch eben seid ihr denn auch da stehen sie rum die kleinen lümmels so zack ja komm schießen an jawohl ja so wirklich toll da haben wir ja gleich die fälle alle da können wir die quest auch abgeben da kriegen wir nämlich am ende gibt es ne kleidung glaube ich aber ich glaube stopp ich glaube das war stopp kleidung ich glaube nicht dass ich da was mit anfangen kann aber ich finde die optik von der platte einfach toll ne muss ich echt sagen ne genau so hat ich mir das vorgestellt schöne goldene platte wunderbar so herrlich so war damals sieben drei stück wir müssen auch noch alte rentiere sammeln das ist acht stück das ist nicht viel aber die so selten die sind so selten und da dauert ewig bis die wirst von der rentekarte laufen drei stück oder so intelligent nehmen wir mal mit hier habe ich gesagt die leben die genz stärke und magische angriff magische angriff und physisch angriff die wollte ich mitnehmen und ausdauer also lebenspunkte lebenspunkte gibt es ja noch mal extra lebenspunkte nicht ausdauer jetzt mal ein ausdauer punkt sind zwei lebenspunkte oder so oder drei ich weiß nicht genau genau weiß man das nicht so jetzt gehen wir aber in den bereich von den zyklopen und von denen ja und hier hier zwischen denen hier zwischen denen die alle roten namen haben da laufen manchmal die alten rum die drüben auch manchmal wir können mal rein rein wir können ja mal eben gucken ob wir einen sehen weil da brauchen wir acht stück von aber acht stück sind echt viel das ist eine quest die hat man immer ganz lange weil die halt wahnsinnig selten sind ich gucke hier oben ob ich den roten punkt sehe weil dann ist er nämlich einer kampf beginnen wir jetzt aber hier ist kein roter punkt hier ist kein roter punkt halt nur noch mal rüber jetzt jetzt mit dem ganzen lebenspunkten kann man sich doch einiges mehr erlauben einfach mal hier so das hätte ich vorher nicht gemacht ohne diesen ohne diesen um man muss sich einfach mal sagen also das macht das ganze spiel doch ein bisschen leichter jetzt bin ich nicht wirklich glücklich drüber bin aber ich meine ich kann den wir ja einfach weg tun dann bin ich denn wenn ich sagte das ist mir jetzt aber zu einfach durch die aber wir sind wir dann noch mal oder bin ich wieder genauso genauso schlecht dran wie vorher wobei dann aber natürlich schon sehr viel spaß wo ihr seht schon ist gar keiner wobei dann schon sehr sehr viel spaß macht einfach hier so durch zu metzeln wird schon ist schon echt super so hier haben wir das bero fleisch die brauchen wir aber noch zufällig 15 stück ja dann dann machen wir die doch mal dann sammeln wir die doch mal so ja ruhen nehme ich alle mit also ruhen lassen sich wirklich gut verkaufen ich habe jetzt schon ein paar mal ruhen verkauft immer wenn ich 100 stück zusammen habe ich möchte wahrscheinlich irgendwann werde ich anfangen die selber zu kaufen wenn ich dann anfangen hier irgendwelche sachen herzustellen wo man die plötzlich braucht im handwerk aber bis dahin habe ich glaube ich genug kohle dass ich die dann auch wieder zurückkaufen kann die preise sind da recht stabil so wie ich gesehen habe die werden normalerweise gehandelt so um die 100.000 und wenn gar keine da sind dann setzen die leute so für 200.000 rein aber da musst du glück haben dass du die für 200.000 verkaufen kannst weil da ist schneller wieder einer da als du gucken kannst der die wieder für 100 reintenst so das sind nur kegels die wir brauchen und leider leider haben die gar nicht jedes mal das fleisch dabei das ist ja doof da müssen wir doch noch eine ganze menge mehr von töten ich glaube wir haben noch vier oder fünf tagesquests das heißt also 50 von denen oder 15 sind da eine 30 60 sind vier stück da da ja 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 jawohl Meine Nase ist wieder ganz empfindlich im Augenblick. Die läuft auch wieder. Ist wieder die Zeit. Wo man morgens aufsteht. Der Fußboden ist kalt. Man ist noch schön bett warm. Man merkt das dann alles nicht so. Dann hat man sich auf einmal erkält. Dann geht einer raus. Auf die Terrasse. Dann bleibt die Tür ein bisschen auf. Ist normal. Mal lüften. Und schon sitzt der Opa irgendwo im Weg. Und schon kriegt er wieder einen kleinen Zug. Und merkt das nicht. Und merkt das erst, wenn er anfängt, dass die Nase läuft. Und dann merkt das. Und dass er schlechte Luft kriegt hat. Merkt das dann auch sofort. Aber dann ist schon wieder zu spät. Jaja, die Dummen sterben nie aus. Und ich bin einer davon. So. Na ja, mein Freund. Na wohl ja. Noch vier. Dann ist die Quest beendet. 14 haben wir. Na ja. Machen wir noch ein bisschen. Ein paar machen wir noch davon. Besonders schön sind die nicht. Muss ich ja sagen. Das Fleisch sieht ja ganz gut aus. Wie so ein. Wie so ein Gaktisbraten irgendwie. Aber. Das Tier selber ist jetzt keine Schönheit. Na ja. Keiner hat sich selbst gemacht. Ja. Muss ja nicht immer alles Kuscheltiere sein. Aber im Vergleich zu den Dingens. Ist ja nicht schön. Zu den Frettchen. Aber man weiß ja nicht. Vom Charakter her sind die vielleicht viel netter. Vielleicht machen die Frettchen alles kaputt und durcheinander. Ohne Konsequenzen. Weil sie ja so süß aussehen. Und das sind vielleicht ganz Liebe. Die einfach nur ruhig rumliegen. Und dankbar sind. Dass man sie hat. Und dass man lieb zu ihnen ist. Wer weiß hat. Wer weiß man noch nicht. Wie das durchs in der Tierwelt. Wer zwischen uns ist. Weil was denn. Grashalm oder. Grashalm mal wieder. Na komm schon her mein Freund. Ich hoffe die Aufnahme wird. Weil die hat der Mikro nicht auch so überprüft. Ich trau die Mikro noch nicht so ganz dem Neuen. Weil der Anfang so rumgezackert hat. Aber. Naja. Ein bisschen über Trauer muss man schon haben. Aber dann haben wir jetzt 20. Ja komm. Dann haben wir mal noch 10. Ja. Ja und wie gesagt. Dann schauen wir mal. Beim nächsten Mal. Dass wir vielleicht dann in die ER-Btei gehen. Wenn ich da noch 1-2 Level mehr habe. Dann fühle ich mich da glaube ich auch. Stark genug für. Das waren 18er Elite am Eingang. Die werden ja nach hinten raus immer stärker. Aber am Eingang waren 18er Elite. Also. Die kriegen wir ohne weiteres runtergekloppt. Dann ist aber auch kein Problem mehr. So wie gesagt. Ich weiß nicht die. Die Bosse da drin sind natürlich alles Könige. Na da geht es dann los. Da geht es dann los. Oh. Ja hier ist wirklich wildes rumgekloppern gesagt. So. Komm her du. So. Du willst es doch auch. Magie ist magische Magiepunkte. Die wollen wir nicht. Die könnt ihr behalten. Aber sowas von. So. So. Du kriegst auch noch dein Fett weg. Du kriegst dein Fett weg. Du kriegst dein Fett weg. Nein. Ausdauer ist gut. Aber du kriegst dein Fett weg. Ist auch gut. Huch. Wann muss nur denn hier. Hättest ja mal eingreifen und helfen können. Knallkupp. Wenn du hier schon daneben stehst. Einfach so. So. Ich merk dich mal. Kält. Wir kriegen bestimmt irgendwann mal einen Auftrag nicht zu besuchen. Noch kenn ich dich nicht. Aber irgendwann werden wir uns noch kennenlernen. Mein lieber Kält. Weil du ein Kältel bist. Wahrscheinlich. Deswegen. Jetzt mir noch ein Kaffee. Verdammt. Mach ich gleich. Zwischen den Aufnahmen. So. Na ja. Letztens hab ich mal wieder in FarmTogether reingeguckt. Weil ich gedacht hab. Mach mal die Toneinstellung schon mal. Fühle. Für das neue Mikro. Für das neue Headset. Dass du da auch mal wieder was machen kannst. Ich wusste gar nichts mehr. Da haben wir noch. Da haben wir 30. Keine Steuerung mehr. Nix mehr. Ich wusste nichts mehr. Ich wusste gar nichts mehr. Da haben wir noch. Da haben wir 30. Keine Steuerung mehr. Nix mehr. Ich wusste nichts mehr. Hätten wir noch was. Was wir abgeben können. So. Was bin ich mal hier durch? Da sind die Zyklogen. Nein. Hab ich nichts. Leider nicht. Na ja. Aber trotzdem mal. So. Aktivierungsruhen. Ja damit. Oh ja mein Freund. Oh. Kupferverstecher. Eieieiei. 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 Ich brauche so viele von denen. Da sind 15 Eine-Tages-Quests. Und die fallen noch niemals bei jedem. Das ist ja nicht so toll. Na. Wir haben alle. Uhra. Ein haben wir. Jetzt geht's bei Yau. Also ich muss noch zwei. 30 Stück brauche ich. Ja. Genau so. 30 Stück. Aber ich meine die fallen ja recht schnell. Aber trotzdem. Wenn die nicht alle Rohren haben. Dann. Muss ja doch ne ganze Menge töten. Zwei haben wir schon. Ach läuft. Läuft. Ja. So. Wieder keiner. Ah. Menno. Was ist los mit dir? Witzel hier. Heute morgen war ein Horn in eine Tasche gesteckt. Als du losgelaufen bist. Wusste schon, dass ich komm. Ja. Wieder ein Kumpel hier. Wer weiß wie geht. So. So. Wir können gleich ja mal ein bisschen rüber gehen. Zu den Menotauren. Die Quest ist zwar noch nicht aktualisiert. Für uns. Wir können die noch nicht annehmen. Aber. Ich kann ja schon mal ein paar davon machen. Weil sie das schon wieder. Überhose. Nein. Wenn dann mache ich Nahrung und Tränke. Sonst mache ich nix. Was machst du denn hier hinter mir? Fast hätte ich vor mir einen angegriffen. Du Knallkopf. Ein bisschen mehr. Ritter Power. Ritter Power geht so. Jawohl. So. Jetzt geht's ab. Jawohl wir. Jetzt steht mal wieder eins. So. Nein. Auch wieder ohne Horn losgelaufen heute Morgen. Also wirklich. Da müsste doch ein Gesetz geben. Dass ihr morgens ein Horn in die Tasche steht. Wenn der Opa vorbeikommt. Und telefonieren will. Dann muss sie doch ein Horn haben. Früher. Damals. Bei den Wikingern. Die haben auch wieder so Hörner telefoniert. Ja. Waren noch zwei. Da waren die Anrufe auch noch recht kurz. Guck mal. Hier sind sie ja. Guck mal. Er ist schon 34. Aber. Guck mal. Er macht hier so. Ein bisschen. Er kommt kaum an. Und man muss immer den Boss angreifen. Nicht das Tier. Die haben. Ihr habt ja gesehen. Die haben auch so was. Wie die. Wie die Dinges hier rumlaufen. Ja nun. Nimm nochmal hier. Hier diese. Die wir gerade noch gejagt haben. Aber wenn du den tötest. Wenn der das Tier tötest. Dann äh. Bleibt der Typ bestehen. Wenn der den Typ tötest. Geht das Tier mit weg. Gut zu wissen. Eigentlich wollte ich die ja noch gar nicht. Ich brauch die auch noch gar nicht. Ist egal. Sie ist ja 34. 35er Level haben die. Alles gar kein Problem. Gut. Bei allen Dingen haben die alle schön heute Morgen sich so ein Ding eingesteckt. So Minotaurensteine. Aber nein. Nicht unsere Herzykloten. Die nicht. Naja. Das sollts. Lebenskraft. Weisheit. Ne. Die brauchen wir nicht. Haben wir nichts mit zu tun. Weisheit. Wieso wollen wir mit Weisheit. Gucken wir denn da hin. Weisheit. Bitte. Jetzt machen sie immer nicht lächerlich. Weisheit. Also was wir nicht gebrauchen können hier in Deutschland ist Weisheit. Wir sind das Volk der Dichter und Denker. Was sollen wir mit Weisheit. Das merkt man auch heute noch überall in den Medien. Was wir für ein intelligentes Volk sind. Weisheit. War das Sarkasmus? Wer weiß. Das weiß keiner so genau. Na gut. Dann greif ich eben nicht an. Wenn bei dem einen wieder ein kleiner Stein dazwischen liegt. Wo ich nicht drüber gucken kann. Und du hast auch wenigstens ein Horn in die Tasche. Na komm hier. Jetzt bist du aber dran. Gucken ob du auch ein Horn in die Tasche bist. Wahrscheinlich nicht. Ich wusste es. Oh. Wieder rein reichte. Morgen gibt es kein Abendbrot. Wer morgens sein Horn vergisst. Kriegt abends kein Abendbrot. So. Ja. Ich wollte also wie gesagt. Ich wollte heute noch ein bisschen sammeln gehen. Aber ich habe gedacht. Da nehme ich euch nicht. Bin das ja noch langweiliger als hier das Gekloppe. 10. Dann noch 20. Die werden wir ja wohl noch kriegen. Oh ja. Mein Freund. Dann können wir mal hier die 5 Tagesquests noch abgeben. Die wir hier noch haben. Na. Und dann sind wir damit fertig. Für heute. Und dann werde ich wohl umschwenken. Oder ich werde noch ein bisschen Palia spielen. Weiß ich noch nicht. Da wollte ich auch noch mal wieder eine Aufnahme machen. Dunkle Beinschützer. Ja. Bald. Kannst du die. Die sind auch immer nichts wert. Diese Rezepte. Na. Dann ist. Ich denke mal. Wenn du hinterher im Endlevel bist. Dann ist da was anderes. Und dann sind die Rezepte auch wieder wertvoll. Die du findest. Aber. Hier. Die kleinen Sachen hier. Da. Da will keiner. Die Leute die sowas machen. Die Handwerken. Und dann sind die Rezepte auch wieder wertvoll. Also Leute die schon ewig spielen. Die machen das mittlerweile aus Langeweile. Glaube ich. Und die haben natürlich die alten Rezepte. Na. Die haben angefangen. Da war Level 50 High Level. Und da waren solche Rezepte noch wertvoll. Aber heute nicht mehr. Heute sind die nur noch lästig. Und füllen die Taschen. So. Na ja mein Freund. Ja. Jawohl. Aber kein Horn. Kein Horn. Kein Horn. Kein Horn. Der Martin und sein Horn. Kennt ihr noch das Martins Horn? Wüsst ihr denn das? Wüsst ihr denn überhaupt das Martins Horn ist? Also das hat nichts mit dem St. Martin zu tun. Das kann ich ja schon mal sagen. Weil von dem St. Martin ist ja auch kein Horn. Das ist ja nur Brezel. Aua. Tut mir nicht weh. So hier. Das ist echt toll an so einer Platte. Ne. Du brauchst ja überhaupt keine Sorgen mehr. Ich meine jetzt mit dem Umhang sowieso nicht. Aber auch ohne den Umhang hast du da 3-4 Leute. Das sind so nicht wirklich ein großes Problem. Dann zündest du deine Verstärkung. Hier die hier. Ne. Dann machst du nochmal schnell 1200 Lebenpunkte. Oder 3. 1300. Und dann. Und dann. Und schon siehst du wieder besser aus. So. Na das grüße Verteidigung nehmen wir nicht mit. Lauf nicht vorbei als wäre nichts geschehen. Du bist zu jung um zu sterben. Eigentlich nicht. Hehe. Man wiegt sie. Ich hab gelogen. Mein Gott. Haben sie dem die Kupferpfeile in die Tasche gesteckt. Er hat die Niete gezogen heute morgen. Bei der Beteilung. Ah guck mal ja. Wenigstens hat er das Schwert dabei. Für mich. So. 16. Oh. Das sieht ja gut aus. Das ist einfach nur. Einfach nur stumpf vor sich hin zu fahren. Muss auch sein zwischendurch. Einfach mal so. Ich mein für jeden Kiel kriegst du ja auch. Erfahrungspunkte. Dafür gibt es ja auch diese Tränke hier. Ne. Hier. Hier da. Im Kampf erhaltene Erfahrungspunkte erhöhen sich für eine Stunde lang um 50 Prozent. Die gibt es auch nochmal hier als Shop Gegenstand. Da. Im Kampf erhaltene Erfahrungspunkte erhöhen sich zwei Stunden lang um 100 Prozent. Da hab ich noch sechs Stück. Also. Ne. Wenn ich mal so was wie ich so hier mache. Ach. Und ich weiß es wird eine Stunde gefarmt. Da kann man die ruhig mal nehmen. Aber. Ich hab die jetzt bei denen hier nicht genommen. Weil ich erst einmal nicht gewusst hab das so eine Stunde wird. Und zweitens. Äh. Lassen die nicht genug EP fall. Ne. Da macht man dann. Wenn man sieht. Oh man kann die leicht legen. So wie bei den Minotauren. Die sind drei Level über dir oder so. Und lassen die trotzdem relativ leicht legen. Und da macht es dann Sinn natürlich so ein Trank mal zu nehmen. Weil dann gibt es nochmal richtige Erfahrungspunkte. Dann kannst du in so einer Stunde auch ganz schnell mal ein Level einfach nur kloppen. Dann ist dann gar kein Problem. Gar kein Problem. Weil das kein Problem ist. So. Läuft doch nicht weg hier. Läuft doch mal hier. Guck mal näher. Ich muss die mal vertragen. Hast du so eine Rolle in der Taschierung? Nein. Hast du nicht. Da. Wo sind wir denn hier? Ah hier sind wir schon wieder bei den Minotauren. Ja. Minotauren. Wenn ich dich da sehe. Dann guck mal. 36. Das ist natürlich. Und schon tot. Ne. Das ist natürlich. So einer bringt dann auch gute Erfahrungspunkte. Und drei Aktivierungsrohnen. Und Minotaurenstein. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Hier sind dann wieder direkt die Hühner. Äh die Hörner. Die Bärhühner. Die gar keine Hühner sind. Dann gehen wir hier hin. Gehen wir wieder rüber. Die spawnen ja zum Rik recht schnell nach. Sind ja immer welche da. Diese Lär Level 33. Aber im Grunde steht die besser. Als der Minotaurus. Oh. Ohja. Ja. Ja. Das ist doch geil. Kommt. Ach. Woran hier. La 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 la. Ja. Hier hinten raus kommt noch die Minotaurenstadt. Ja. Die sehen wir jetzt. Kann ich eure Karte mal eben zeigen. Hier. Das ist der mystische Altar. Und das ist Schneehorn. Das ist das Minotaurengebiet. Da stehen dann auch Minotauren. Äh. Wachen. Minotauren. Priester. Minotauren. Was weiß ich. Und ein paar Gebiete stehen auch dazwischen. Da muss man natürlich aufpassen wenn man da reingeht. Da muss man ganz schön aufpassen. Da sind zum Teil. Gerade in den Häusern. Da stehen da so ein paar Priester davor. Ich mein. Jungen Christen sowieso die Questen die da rein und legt. Aber wenn du da zum ersten mal rum rennst. Dann stehen da so ein paar Priester davor. Und da denkst du. Oh. Was machen die denn da drin. Was macht der denn vor allen Dingen da drin. Und dann gehst du da rein. Und dann ist da ein ganz böser Elite drin. Äh. Äh. Da bist du aber dann ganz schön übergerascht. Also war ich jedenfalls. Äh. Oh. Oh. Ja du musst aber vorsichtig sein Du. Guck mal. 20 haben wir noch 10. Komm her. Na, was ruhig. Unknugvollsträger. Na, guck mal hier. Guck mal, jetzt fallen sie besser, oder? Ich kommt mir das nur so vor. Ich bin auch schneller gerade. Mit dem Kiel bin ich schneller geworden, oder? Na, Einhorn jagt das andere. Einhorn. Guck mal, ein Einhorn. Warum gibt es keine Einhörner? Gute Frage, oder? Ich meine, es ist ja nur ein Knochen. Die gibt auch Elefanten. Die haben Stoßzähne. Warum gibt es keine Einhörner? Dass es ein Pferd gibt, das schwarz und weiß Streifen hat, das ist eigentlich viel unwahrscheinlicher als ein Einhorn. Aber... Und vor allen Dingen, warum hat ein Zebra die? Warum hat ein Zebra denn schwarz und weißer Streifen? Damit die sich besser verstecken können? Tarnfarbe? So wie der Eisbär? Ich weiß es nicht. Das sind Fragen, du. Mein Gott. Der Opa wirft wieder Fragen auf, wo er selber keine Antwort führt. Und das ist schlecht. Das ist schlecht. Da kannst du ihn jetzt nicht fragen. Ja, warum denn nun? Da weiß er jetzt ja nicht. Weil er das nicht weiß. Weil... Aber ich bin in ein Alter, wo ich dazu stehe. Wo ich sag, ach ja, mein Gott. Ich muss nicht alles wissen. Ich kann auch nicht alles wissen. Ich weiß schon eine ganze Menge. Also von daher... Ja, der wäre ja auch... Kein Mensch weiß alles. Jeder hat so sein Spezialgebiet, ne? Und je mehr die spezialisiert sind, desto mehr sind im Endeffekt der Paridioten. Das hat man ja immer wieder. Die wissen dann über Mikroorganismen und alles. Und den Rest des Lebens wissen sie gar nichts. So ungefähr. Dann lieber eine gesunde Mischung. Von allem etwas, dass man nicht ganz so blöd da steht. Aber man muss auch nicht so tun, als wäre das dann sein Fachgebiet. So, wann haben wir? 27, drei Stück brauchen wir noch. Komm, sei mein Freund. Jawoll, ein. Ach komm hier. Ich wollte ja erst den anderen nehmen. Dann habe ich den gesehen. Im Augenblick will ich den kommen. Und da ist der andere, den ich eigentlich nehmen wollte. So, naja. So soll es auch deinen Spaß haben mit mir. So. Ah, bitteschön. Ah, siehste, der hat auch einen. Aber der hat, glaube ich, auch einen. Nee. Der hat ein Elementarstein. Ja, super. Einen, den wir schon nicht mehr brauchen. Weil wir schon zwei Stufen höher sind. So. Ja, ist schon ein guter Ritter. Also der macht auch schon schön Damage. Ich bin mir nicht sicher auf, äh, der Krieger. Ja, wie gesagt, der Krieger hätte den wahnsinnigen Vorteil mit der Selbsteilung. Aber, na, da kannst du dann richtig überlegen, da gehe ich noch eigentlich angreifen. Aber, wie gesagt, auch nur, solange du Manna hast. Und so große Manna tränke, dass du 1.700 Manna Punkte aufholen kannst. Ja, hast du ja nicht, ne? Nee, hast du ja nicht. Das ist ja das Problem, ne? Die haben ja einen Cooldown, ne? Also der hier hat zum Beispiel 300, ne? 300 und dann macht der noch alle zwei Sekunden 32. Doch, wenn ich den jetzt nehme, hat er aber 2.500 Sekunden, wo ich nix nehmen kann. Und auch keinen Heiltrank nehmen kann, ne? Sonst hätte ich ja gesagt, ich zünde den und nehme den Heiltrank. Und dann noch Manna tränke in der Herne. Der ist damit blockiert. Dafür gab es dann diese anderen Tränke, die die eigene CD haben. Aber da sind auch noch 200, ne? Das ist dann... Dann sind da 500. Ja. Was bringt das? Was bringt das? So, jetzt habe ich 30. Na, was bringt das? Komm mal hier. Der hat 57 MP, der Schlag. Den muss ich vier Mal drücken, um die vier Siegel drauf zu machen. Und hiermit zünde ich die. Das sind dann 72. Das heißt also, das sind ja 60. 6, 4, 8, 24. 24, minus 12 sind 228. 230, 300. Im Augenblick sind genau 300 Punkte, wenn ich den einmal auslösen will. Und wenn ich dann noch meine Heilung darüber und die Heilung frisst ja noch mehr Manna als diese Schläge, ne? Na ja. Also dann... Ne, ich glaube die ist schon... Ist schon ganz gut so, die Lösung, die wir jetzt haben. Na ja. So, wir reiten jetzt zurück. Und dann gebe ich hier die... Gebe ich hier die, äh... Tagesquests ab. Also für die, die jetzt sagen, der Video ist lang genug. Es sind ja schon über 40 Minuten wieder. Die können ruhig ausmachen, passiert nichts mehr. Ich mache nichts mehr. Ich gebe nur noch die... Quests. Ich nehme nur die Quests an. Und gebe die auch direkt wieder ab. Vielleicht kriegen wir noch ein Level ab. Ich glaube nicht. Aber... Vielleicht ja doch. Und, äh... Für die, die sagen, ja, ne. Das muss ich nicht sehen. Dann sage ich mal, schön, dass ihr dabei wart. Und, äh... Dann bis zum nächsten Mal. Na ja. Euer Opa, wie... Jawohl, ja. Das muss ich doch noch sagen. Das muss ich aber gleich nochmal sagen. Ne. Das ist ja jetzt die... Die Verabschiedung für die Leute gewesen. Die sagen, ja, boah. Jetzt muss ich mir das auch noch angucken. Der macht ja nichts mehr. Der reitet ja nur noch... So, durch Nacht und Wind. Ne. Und im Mantel schützt er sein Kind. Ja, ja. So. So ist es doch. So ist es doch. So ist es doch. Haben wir hier noch irgendwas... Hier werden noch junge Quest, ne. Ach, die ist da in einem Lager. Aber hier ist noch einer. Da kommt man noch vorbei. Da machen wir den auch noch eben. Aber du hast gesagt, du machst nichts mehr. Du machst nur noch die Tagesquests. Und die Leute, die jetzt abgeschaltet haben... Ja, mein... Die sehen dann die Quest eben nicht. Die ich da abgib. Ey, ich... Viele Dinge, die hier nicht seh. Das ist, äh... Das Spiel ist, äh... Sehr großer Zeitfresser, also. Äh... Ich spiele nicht nur die paar Stunden hier, die ich hier zeige. Da sind eine Menge Dinge, die ich spiele. Und auch Ecken, die ihr gar nicht gesehen habt. Bist du ja. Heute hat es ja auch nicht schlimm. Ich muss euch aber nicht das ganze Spiel zeigen. Wenn einer wirklich Interesse an das Spiel hat, soll er ja auch mal selber spielen. Und dann muss er auch noch was entdecken. Und nicht einfach nur nachtspielen. Ach, ihr ist das. Ach, hier ist das. Ach, hier ist das. Ach, hier ist das. Das hab ich alles schon gesehen. Na, das... Das muss ja nicht. Hallo. Na, mein Kleiner. So. Hier nehmen wir mal die nächste Quest an. Ich melde mich. Wo melde ich mich denn? Wo melde ich mich denn? Wo melde ich mich denn? Da oben im Lager melde ich mich oder da? Wo auch immer. Jetzt aber nicht. Jetzt machen wir die Tagesquests. Habe ich doch gesagt. Wir machen jetzt die Tagesquests. Habe ich heute schon Tagesquests gesagt? Das ist eine meiner Lieblingswörter. Tagesquest. Oh, Tagesquest. Ach, schöne Tagesquest. So. Dann nehmen wir die mal hier an. So, was haben wir? Ja, hier. Die Zyklopenbedrohung. Die Hörner. So. Und das Fleisch. Das ist das hier. Wildes Bärhoffleisch. Jawoll. So. Die Zyklopenbedrohung ist er hier. So. Wunderbar. Wir haben jetzt noch drei. Okay. Dann machen wir die Zyklopenbedrohung gleich nochmal. Weil die 15 haben wir noch. Da gibt es ein bisschen mehr Punkte für. So, jetzt noch zwei. Dann machen wir zweimal Fleisch. Da haben wir einmal Fleisch zu viel. Das macht nichts. Da können wir den mal nochmal gebrauchen. Wo ist der Opa? Wo ist der Opa, der die kriegt? Hier. Hier hinten drin ist er. So. Jetzt hole ich noch einmal Bärhoffleisch. Und dann... Ah, ich weiß nicht, ob man da das Level up mit schafft. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir sind da noch. Äh. Über 10.000. Ne. Naja. Macht nix. Nächstes Mal, wenn er guckt, bin ich wahrscheinlich Level up. So. Reicht die Zutaten. Was? Irgendwas werde ich machen. Und dann werde ich garantiert irgendein paar Monster kloppen. So. Und dann habe ich automatisch Level up. Level up. Level up. Level up. Tagesquest. Level up. Level up. Tagesquest. Hier. Muss weiter. Das war ja auch der Goldschmied. Mensch. Das ist doch der Goldschmied. Du kannst doch nicht mit dem Pferd beim Goldschmied rein reiten. Das macht man doch nicht. Oder haben wir gerade mit so einem Metallpferd hier. Oh. Hier. Guck mal hier. Nein. Da fehlt noch ein kleines bisschen. Naja. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ihr Lieben. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe wir sind beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Scheli und bei unser Ritterchen und das Pferd genießt. Das ist das letzte Mal das ihr sehen werdet. Nächstes Mal haben wir wieder ein einfaches Pferd. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Euer Opa Amy. Tschüss. Tschüss. Tschüss.